Ja, pass auf, jo moin, hier wir sind SoLaced und wir drehen jetzt unser erstes Musikvideo zu System. Wir sind hier unter der Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf, wie man sieht. Wetter spielt nicht ganz so gut mit, aber hey, wir hoffen es läuft. Hallo! Hi! Wer bist du denn? Ich bin der Cameraman. Ich bin der Roland. Und was machst du hier? Was ist deine Aufgabe? Ein bisschen zugucken, ein bisschen helfen beim Atmenaufbau. Und, macht Spaß? Ja, macht Spaß. Es ist ein bisschen kalt, aber es ist ein guter Tag. Ja? Ja. Was wäre denn eine andere Option gewesen? Was hättest du jetzt machen können? Ich hätte schlafen können, aber das ist mir wichtiger. Hallo! Ja, ich bin Joe und ich schaute. Das ist meine Band. Ich bin der SoLaced. Wir sind nicht aus dem Süßchen. Jetzt darfst du was Kluges sagen. Penis. Ey, Aron. Sag mal was cooles. Sag irgendwas Kluges. Ich weiß nicht, was du weißt. Ernsthaft. Sehr okay. Sag irgendwas zum Dreh oder so. Ja, ziemlich windig. Aber scheiß doch. Okay. Jetti, was machen wir jetzt? Wir fangen jetzt an. Und wie war der erste Drehdurchgang? Der erste Drehdurchgang war einfach Bombe. Weißt du was? Ich bin ja so gekommen, ne? So gekommen auf der Runde, ne? Und dann hab ich die Gitarre genommen. Richtig dieses Feeling, wie man Gitarre spielt. Auf einmal war so keine Musik da, ne? Jetzt musst du loslegen. Beim zweiten Mal hab ich sogar den einen Satz verdammelt, aber... Alles Asch. Performance ist super, wir müssen nur so weit machen. Performance ist der Kamera, muss noch ein bisschen an sich arbeiten. Das ist der erste Mal. Wir machen den ersten Mal. Komm her! Hup! Oh, ich bin ja. Oh, der soll mal herkommen. 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 Und... Ist das Ding jetzt an? Wenn da ein roter Punkt ist, ist es an. Cool. Was machst du da? Ich mach eine Alternative zu einem Schiffchen. Warum hast du kein Schiffchen? Weil ich vergessen hab. Ich hab ein Schiffchen vergessen. Machst du da? Nicht filmen. Ach so. Ich filme. So, ich habe wieder gemacht. confinementieren Das war jetzt der erste Drehtag von System und gute Sachen gleich in meinem Kasten und war ziemlich anstrengend, aber ich glaube, das wird ziemlich fett.